Hallo ihr Lieben, ja ich möchte euch heute nochmal ein Orakel reingeben. Ich würde sagen, wir schauen einfach, was die Karten uns heute wieder sagen. Ich möchte einfach auch so ein bisschen wissen, was ist jetzt gerade wichtig und ja, die Frage habe ich an das Universum gestellt und würde sagen, wir legen jetzt auch gleich los. Bitte bedenkt, es ist ein allgemeines Reading, es kann nicht auf jeden zutreffen und spürt euch einfach hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Genau, ich spreche aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut, also falls du mir als Mann zuschaust, drehst du dir bitte um. Kann auch jegliche andere Person hier für dich sein, ja, da musst du dich bitte rein spüren und schauen, ob die Situation dann passend ist. Und das Reading ist zeitlos, das bedeutet dann, wenn du es findest, kann es für dich eine Bedeutung haben. Okay, legen wir los. Liebes Universum, was gibt es zu sagen, was ist wichtig? Okay, hier sind die neun der Stäbe gefallen. Die Sonne, die vier der Stäbe. Wow, die Liebenden. Ne, die ist wieder umgedreht, okay. Der Magier, sie wird ja immer krasser. Leute, was ist denn hier los? So, und jetzt breche ich eigentlich die Legung schon ab, weil jeder, der Tarot kennt, weiß, was hier gerade liegt. Also, geiler geht es nicht, Leute. Also, was sollst du jetzt wissen? Was ist wichtig? Ritter der Stäbe noch im Unterdeck und der Narr, das ist, oh, wartet, und die Zehn der Kelche. Also, jetzt haut es mich wirklich hier vom Stuhl. Also, hier geht es jetzt echt gerade übelst ab auf dem Tisch. Okay, ich komme kurz klar. So, jetzt geht es los. Also, die neun der Stäbe zeigt uns schon mal, dass du momentan in der Liebe tatsächlich so ein bisschen das Problem hast, soll ich mich drauf einlassen, soll ich mich nicht drauf einlassen, ja. Ich sehe hier was Wunderschönes in deine Richtung kommen tatsächlich und das ist jetzt auch wichtig, dass du das jetzt erfährst. Also, es geht hier um eine Seelenpartnerschaft mit den vier der Stäben, sofern du an die Seelenpartnerschaft glaubst und es geht hier wirklich um etwas Wunderschönes, was in dein Leben kommt. Es kann sein, dass du mit dieser Person schon zu tun gehabt hast. Es kann sein, dass es jemand war, der dich in der Liebe tatsächlich abgelehnt hat oder der sich immer wieder zurückgezogen hat. Und es kann jemand sein, wie gesagt, wo du schon lange manifestiert hast, ja. Also, du hast es dir gewünscht, du hast es dir manifestiert. Es kann natürlich auch eine neue Person sein. Vom Sternzeichen habe ich hier Zwillinge und Löwe tatsächlich. Feuerelement ist hier ganz stark und das sind die Karten der Zwillinge. Löwe ist die Sonne, ja. Und es ist einfach so, hier eröffnet sich dir etwas, wo du vielleicht auch das Gefühl hast, wow, wow, Moment mal. Hier packe ich jetzt erstmal, hier trenne ich erstmal Herz und Verstand, ja. Ja, das ist hier das, was mir hier ganz klar reinkommt. Und es ist einfach so, es kann sein, dass jetzt für dich viele Feiern anstehen. Du bist vielleicht viel unterwegs. Du bist hier auch, also du hast hier manifestiert ohne Ende. Das kriege ich hier rein, ja. Also mit dem Magier und den Liebenden. Du hast hier etwas in der Liebe manifestiert. Das hat hier was mit einer Erneuerung zu tun. Und ich habe das Gefühl, das ist hier, das sind Karten wie, das wird der Sommer deines Lebens, ja. Also diese Karten hier sind der Hammer. Ich weiß gar nicht eigentlich, wo ich anfangen soll, weil hier das pure Glück liegt, dass die, also mir, ja, siehst du, da verschlägt es mir schon eine Sprache. Also wirklich mega schön, also richtig schöne Karten und hier geht es um Neubeginn, 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 ja. Und das in der Liebe, definitiv. Wir haben hier die Liebenden, wir haben hier das Gericht, wir haben die Seelenpartnerkarte. Eine positive Veränderung, definitiv in deiner Liebessituation, ja, in der du dich befindest. Hier geht es auch um etwas, was wieder zusammengebracht werden möchte. Und das geht hier mit dem Magier, wo die liegende Acht auch ist, dieses Unendlichkeitszeichen, ja. Und dem, ähm, den Vier der Stäben ist es so. Hier geht es wirklich darum, diese Seelenpartnerschaft wieder zusammenzuführen. Hier geht es um Zusammenführungen, ja, was vom Universum, ähm, so gewollt ist. Und, ähm, ja, ich werde jetzt gleich mal schauen. Ich habe hier den Ritter der Stäbe. Wie gesagt, es könnte wieder ein Feuerelement sein, mit dem du es hier zu tun hast. Oder dieser Mann ist sehr leidenschaftlich, hat auch so einen Hang zum Lebemann. Ähm, könnte auch eventuell ein Haustier haben. Oder er könnte auch, kriege ich heute tatsächlich so rein, ein Reiter sein. Und, ähm, es ist einfach so, ähm, hier ist massivst, ähm, auch wieder diese Leidenschaft in deine Richtung. Ja, ähm, wir schauen mal ein bisschen tiefer gleich. Weil ich habe das Gefühl, du hast das Gefühl, dass du dich verteidigen musst, ja. Obwohl das sowas Schönes hier ist. Also, es könnte sein, dass du jetzt, ähm, jemanden wieder triffst oder jemand erneut in dein Leben kommt. Oder, ähm, dass du jetzt auch, wenn da jetzt gar keiner ist, ja, ähm, dass du jetzt wirklich jemanden kennenlernst, der sehr feurig ist. Das ist ein aktiver Mann. Das ist ein Lebemann, ja. Mit dem Narren habe ich das Gefühl, das ist jemand, ähm, der so dieses Leben nicht plant. Der einfach so wie der Narr, ja, der geht seine Wege und mal gucken, wo es ihn hinführt. So ganz unbeschwert, ja. Könnte aber auch so ein leichter Chaot sein. Ähm, was ich hier reinkriege mit dem Ritter der Stäbe, könnte dieser Mensch, ähm, wie gesagt, sehr so sein, dass er gerne erobert, ja. Also, ähm, er braucht das Eroberen. Und mit den Zähnen der Kälchen sagt es mir aber auch, das ist hier nicht nur ein Strohfeuer, was hier auf dich zukommt, sondern das ist der Waldbrand. Also, wir haben, hatte, ich hatte gestern ja eine Legung und, ähm, da habe ich ja noch gesagt, dass du, ähm, diesen Waldbrand ein bisschen kontrollieren willst. Ich habe das Gefühl, das ist eine, ähm, ähm, Fort, also eine Fortlegung von der gestrigen Geschichte. Denn, ähm, wir haben hier auch wieder, dass du hier, ähm, so ein bisschen in die Verteidigung gehst. Vielleicht geht dir das auch alles zu ratzfatz. Ich habe keine Ahnung, weil er hat hier diesen Waldbrand tatsächlich vor, ja. Also, der möchte hier, ähm, der möchte hier ins Familienglück, der möchte auch, ähm, in die, ähm, emotionale Erfüllung. Hier geht es um Familiengründung, hier geht es um Zusammenleben, um Hochzeit, um Ehe, um Neubeginn, ja. Also, wir haben hier eine ganz starke Neubeginnsenergie drin, wunderschön. Also, ähm, es sind die besten Karten, die hier liegen. Und, krasse Sache. Und das passiert auch alles. Also, das ist eine, ähm, das ist wie von Zauberhand. Damit hast du nicht gerechnet, glaube ich, weil, ähm, kann ich auch sagen, also, weil du hier so stehst, so, ach, warte mal. Ich muss mal, also, du hast quasi, hast du dir, hier sind, ist das wie, die Sonne ist so hinter diesen, hinter diesen Stäben, ja. Und du stehst, ähm, quasi davor und guckst, ähm, vielleicht auch in die Vergangenheit und, und wehrst dich. Du wehrst dich hier, ja. Also, das ist auch immer die Karte der, ähm, du kommst hier nicht rein, ja. Also, ähm, Türsteher deines eigenen Herzens, könnte man auch sagen, ja. Also, du wehrst dich hier so ein Stück weit dagegen. Das, äh, ist das, was ich hier reinbekomme. Okay, ich möchte mal noch ein bisschen hier zu dem Mann haben. Und, was ist das denn hier mit dem Ritter der Stäbe? Um was geht's hier genau? Sieben der Stäbe. Ja, es könnte sein, dass es ein Mensch ist, der dich abgelehnt hat. Der, ähm, immer wieder von außen auch irgendwelche Umstände hatte, die gegen euch gewirkt haben. Dieser Mensch hatte immer das Gefühl, vielleicht, er muss sich verteidigen. Und jetzt wandelt sich dieses Blatt in eurer Verbindung. Ja, jetzt hast du das Gefühl, du musst dich verteidigen und erprescht los. Das ist so, vielleicht hast du immer gegeben, gegeben, gegeben und irgendwann hast du es aufgegeben, sozusagen, ja. Und bist dann deines eigenes Weges gegangen. Und, ähm, ja, jetzt wendet sich dieses Blatt auf einmal. Und, ähm, das hat hier was Schicksals, oder ist was Schicksalshaftes. Und jetzt, ähm, ist es so, dass du das Gefühl hast, du, ähm, musst hier eine Grenze für dich setzen, ja. Und, ähm, vorher hat es immer dieser Mensch getan. Ja, der hat sich hier nicht an dich, ähm, hat dich nicht an sich reingelassen, ja. Sowas könnte es sein. Es könnten aber auch Manipulationen von außen sein, dass dieser Mensch einfach manipuliert wurde von außen. Ja, hier kommt einer in liebevoller Absicht. Hier geht es um Versöhnung, hier geht es um wieder aufeinander zukommen. Die dunklen Wolken ziehen raus, ja, hier geht es ins hellere. Aber es ist immer noch so ein Nebel. Also ich nehme das so wahr, ähm, diesen Menschen ist gar nicht klar, was bei dir abgeht, ja. Also, ähm, der weiß gar nicht, was los ist im Moment, ja. Er steht hier auf der Hoffnung, definitiv. Also die grüne Wiese zeigt mir auch die wahre Liebe an, ja. Du bist hier für ihn diese wahre Liebe. Das hat er hier vielleicht auch erkannt, ja. Und hier kommt man in liebevoller Absicht tatsächlich wieder auf dich zu, ja. Das ist das, was dieser Mensch vorhat. Und, ähm, das wird jetzt auch wichtig für dich werden. Hier kommt ein Angebot rein, ähm, was dir eine absolute emotionale Erfüllung, ähm, bringt. Es könnte sehr freundschaftlich sein mit den Sechster Münzen. Das ist auch die Karte der Freundschaft. Das ist die Karte des Geben und Nehmens, ja. Also hier kommt jemand in der Absicht, das Gleiche zu geben, ähm, wie du es bereit bist zu geben. Und hier haben wir jetzt wieder Seelenpartnerschaft, Spiegelthemen, ja. Also, ähm, hier spiegelt man sich. Und, ähm, ich hab das Gefühl, bei diesen Karten ist es so, jemand hat auch etwas erkennt, erkannt. Ähm, jemand hat deinen Wert erkannt. Jemand hat verstanden, ähm, dass man jetzt investieren darf, ja. Ja, und, ähm, oder sogar auch muss, weil du bist vielleicht weg, ja. Und, ähm, das will dieser Mensch nicht. Hier soll nämlich eine Erneuerung stattfinden, ja. Ja, und es könnte sein, dass man dich sehr liebevoll, aber wertschätzend, freundschaftlich, ähm, anschreibt zum Beispiel, ja. Ähm, ähm, so eine Kontaktaufnahme könnte ich mir vorstellen, was so auf einer sehr freundlichen Ebene ist, ja. Freundlich, liebevoll, vielleicht ist es auch eine Einladung, ja. Ja, weil, ähm, ich muss schon sagen, hier ist auch viel Leidenschaft in deine Richtung zu sehen, ja. Also, dieser Mensch, äh, der ist ja auch schon heiß auf dich. Der Ruhepriester. Ja, das ist wahrscheinlich für dich noch nicht sichtbar. Hier geht es auch um Sonne und Mond. Hier haben wir auch nochmal die Bestätigung für Seelenpartnerschaft, der Zyklus, ja, der sich vielleicht auch öfter schon wiederholt hat. Hier geht es um Lernthemen. Hier geht es auch um ganz starke Selbstwertthemen, die ich wahrnehme, ja. Was ist man sich selbst wert? Und, ähm, ich kann mir wirklich vorstellen, dass dieses Blatt, was du hattest, ja, nachdem du vielleicht die Situation komplett verändert hast, weil du sie verlassen hast oder so. Ähm, dadurch kommt diese komplette Veränderung in dein Leben, ja. Ähm, du ziehst auf einmal auch genau das an, was du dir eben auch manifestiert hast, ja. Und, ähm, das hat hier etwas mit Lernaufgaben zu tun. Und ich habe auch das Gefühl, dass dir das alles noch nicht, ähm, sichtbar erscheint. Ja, das ist noch so ein bisschen, ähm, in der Mache vom Universum. Das Universum möchte dir aber allerdings schon sagen, ähm, ja, dass das jetzt auf dich zukommt, ja. Ja, also, das ist das, was ich dir hier schon mal sagen kann. Also, hier kommt was echt mega Schönes auf dich zu. Wir haben hier, ähm, die fünfte Schwerter und das Ast der Stäbe. Das Ast der Stäbe ist wieder der Neubeginn. Die fünfte Schwerter sind die Enttäuschungen. Das sind die Niederlagen, die du erlebt hast, ja. Ja, vielleicht auch mit diesen Menschen, weil wir haben hier die sieben der Stäbe. Das sagt mir einfach, ähm, hier hat sich jemand, ähm, gegen dich gewehrt. Hier hat jemand auch sich nicht an dich herangelassen. Hier hat jemand einfach, ähm, wie gesagt, immer wieder dich vielleicht auch enttäuscht, verletzt. Dir gesagt, ich will dich nicht mehr. Und, ähm, natürlich, ähm, irgendwann gehst du in die Akzeptanz, vielleicht auch in die radikale Akzeptanz. Und gehst weiter und sagst, okay, ich lasse bedingungslos los, ja. Und, ähm, das ist manchmal auch wirklich das Beste, was du tun kannst in deiner Situation. Dich auf dich zu konzentrieren, deinen Fokus runterzunehmen. Und für dich, ähm, also wir haben hier eine Transformation angezeigt, ja. Und ich glaube, dass du dich auch, wie gesagt, in so einer Transformationsprozess, ähm, befindest. Und hier geht auch, ähm, Karma raus, ja. Das ist das, was ich wahrnehme. Also hier war auch eine karmische Verstrickung zwischen euch. Und, ähm, das geht hier tatsächlich auch raus. Und diese, ähm, Niederlagen, ja. Das, das war etwas, weil er hier sich vielleicht, wie gesagt, immer gegen, also weil es entweder Manipulationen von außen gab, die auf eure Verbindung eingewirkt haben und die dann immer dazu geführt haben, dass er halt nicht, ähm, ja, nicht in der Lage war, sich auf dich einzulassen. Oder es sind eben, ähm, wie gesagt, seine eigenen Gedankenstrukturen, seine eigenen Grenzen, die er sich gesetzt hat, ja. Äh, äh, die er nicht, wo er sich immer wieder gegen die Gefühle auch verteidigt hat, nehme ich so wahr, ja. Man hat die Gefühle nicht zugelassen. Ähm, und hier zeigt es, wie gesagt, das ist ein Neubeginn, ja. Ja, und, ähm, hier war vielleicht es auch so in der Vergangenheit, dass du hier eine Freundschaft-Plus-Geschichte mit deinem Gegenüber hattest oder eine Affäre mit ihm hattest, ja. Und meistens ist gerade in so Seelenpartnerschaften ist eine, ähm, sexuelle Anziehungskraft sehr, sehr stark vorhanden. Und, ähm, ja, für dich war es so, du hast hier immer wieder, äh, gemerkt, dass dieser Mensch aber mehr nicht zulässt, ja. Dieser Mensch lässt mehr nicht zu. Und, ähm, da ist es für dich vielleicht wirklich wichtig, ähm, dich auch gewiss ein Stück weit abzugrenzen, ja. Ja, gerade wenn du eine Frau bist, ist es so, dass, ähm, viele Frauen immer wieder auch den Glauben daran haben, ähm, ja, durch, äh, sexuelle Verbindungen den Mann sich komplett für sich zu erobern. Das ist aber leider ein fataler Trugschluss in den meisten Fällen, ja. Also man kann natürlich nicht alle über den Kamm scheren, aber in den meisten Fällen ist es ein Trugschluss. Und, ähm, du kannst die Situation hier tatsächlich verändern, denn da ist es auch wieder das Thema des Selbstwertes. Was bist du dir selbst wert, ja. Und, ähm, nur zum Matratze vergolden, ähm, ich wäre mir persönlich dafür zu schade, ja, das ist meine eigene Meinung. Ähm, da muss aber jeder für sich selbst auch hinschauen. Es gibt genug, die sagen auch, ich nehme den Spaß mit, wenn du das kannst und gefühlstechnisch nicht darunter leidest, ist es auch völlig in Ordnung. Also, dann, ähm, würde ich auch sagen, immer machen, ja. Aber sobald das Herz mit eine Rolle spielt, wird es sehr schwierig und meistens ist es genau dann, dass dann, ähm, Enttäuschungen kommen, dass Traurigkeit aufkommt und du dann auch, ähm, ja, ziemlich verletzt bist meistens, ja. Ja, und deswegen, ähm, schau dir das Thema für dich selbst bitte genau an und, ähm, guck einfach mal, ähm, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, diese Situation für dich dann auch zu verändern, wenn du in so einer Situation bist, ja. Ja, denn ich sehe, dass du hier anscheinend irgendetwas, ähm, oder dass hier irgendwas in eurer Verbindung sich transformiert hat. Vielleicht habt ihr auch gar keinen Kontakt momentan, ja, oder es ist wenig Kontakt oder sporadischen Kontakt und es ist, wie gesagt, jemand, der sich immer wieder gegen dich gestellt hat, ja. Ja, und, ähm, mit dem du aber, also Sex war in Ordnung, aber auf die tiefe Gefühlsebene hat man sich eben nicht eingelassen, ja. Und eigentlich ist es aber genau das, was er sich auch wünscht. Nur, ähm, wenn er das bekommt, ja, also hier geht es einfach um diese Lernaufgabe. Guck mal, wie das Universum hier den Finger hebt, ja. Und, ähm, das haben wir hier mit den Sechs der Münzen zusammen. Und die Sechs der Münzen, da geht es immer um das Geben und Nehmen, was nicht eventuell im Einklang dann ist. Und wenn du, sag ich mal, Gefühle für ihn hast, er weiß es und er lässt dich am langen Arm verhungern zum Teil, ja, oder irgendwie so. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dann ist es eben nicht richtig, dass du das weitermachst, nur um, ähm, ihm vielleicht zu gefallen oder ihn nicht ganz zu verlieren. Denn es ist etwas, was dich auf Dauer nicht glücklich macht. Und da, ähm, darfst du hin. Und da geht es auch um Mut, ja, um Mut, diesen Schritt zu gehen. Und, ähm, genau dieser Mut wird dich belohnen lassen. Also du wirst belohnt, ähm, wenn du wirklich diesen, ähm, Schritt dann wagst, ja. Und da geht es da drum, das Universum möchte dich hier zu deinem wirklich wahren Seelenpartner führen, ja. Das ist das, ähm, was das Universum hier vorhat. Und es könnte gut sein, dass du jetzt auch genau so einen Menschen kennenlernst, beziehungsweise, dass hier jetzt jemand wiederkommt, ja. Ja, und, ähm, ja, du merkst vielleicht auch, dass diese Person, ähm, sehr viel Leidenschaft in deine, äh, Richtung, ähm, rüberbringt. Es könnte auch, also, weil wenn du den jetzt noch nicht kennst, ja. Und es könnte auch sein, dass dieser Person aber dennoch so ein bisschen zurückhaltend ist, aber immer irgendwie liebevoll und wertschätzend in deine Richtung agiert, ja. Ja, und daran könntest du diese Person auch erkennen, ja. Ähm, ähm, ich möchte mal noch ein bisschen tiefer zu der Person gehen, ähm, was ist das hier noch so für eine Person, mit der wir es zu tun haben, dieses Universum. Ritter der Schwerter, also es ist jemand, der, ähm, wirklich, ähm, wir haben es jetzt wieder, Gas macht, ja. Also hier geht es wirklich um diesen Waldbrand. Es ist auch jemand, der sehr klar in seinen Aussagen ist, ähm, der kann auch ziemlich, ähm, überfordernd wirken, ja. Ja, also ich kriege das hier rein, das ist schon eine, eine impulsive Natur, dieser Mensch, ähm, der könnte, ähm, impulsiv sein, der könnte sehr aktiv sein und der könnte auch, ähm, nicht unbedingt konfliktscheu sein, sondern kommunikativ, ähm, der trägt das auch aus, so wie ich, wie ich wahrnehme, ja. Ja, also, ähm, das ist hier jemand, der sich auch gewissen Dingen bereit ist zu stellen jetzt, ja. Vielleicht war er das auch in Vergangenheit nicht, aber jetzt ist er das dann. Okay, schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Ja, der, ich sag ja, das ist der Waldbrand, ne, also der will erobern. Das ist ein Mann, der das auch braucht, das ist ein typischer Jäger hier, ja. Der, ähm, der, ähm, wirklich, sag ich mal, hier den Sieg auch für sich, ähm, davontragen möchte. Der möchte dich hier wirklich absolut erobern. Er möchte, ähm, der ist absolut in seiner männlichen Energie, total. Also, ähm, wie gesagt, ähm, der wird das aber auf eine, ähm, ich kriege das wirklich rein, dass du das auf eine Art machst, die dir gefällt, ja. Ja, also, weil, ähm, wir haben hier das zentrale Thema wirklich, dass hier sich etwas erfüllt für dich. Ein Wunsch geht in Erfüllung in der Liebe, ja. Das ist der kurze Satz für die Mitte. Und, ähm, wie gesagt, es kann auch sein, dass du hier mehrfach Konflikte mit dieser Person hattest. Das kann auch möglich sein, ja. Ja, dieser Mensch ist sehr impulsiv, der ist aber auch, ähm, keiner, der jetzt irgendwie kuscht, ja. Sondern der sagt ganz klar, was er meint und was er denkt und, ähm, der haut es auch raus, ja. Und auch wenn es dir, ähm, voll vor die Birne haut, aber der haut es raus. Ja, so einen Menschen habe ich hier. Und, wie gesagt, der möchte hier auch etwas erfolgreich in den Abschluss bringen. Also, der möchte dich hier erobern, ja. Das sind, ähm, das ist das, was ich hier sehe. Okay, ähm, ich möchte noch ein, zwei Karten haben. Oder eine. Mir egal, liebes Universum. Okay. Ja, schön. Ich hab wieder in meinem Papier Müll. Oh, Leute. Der Stern. Ja, vielleicht war das alles für den Müll. Ja, weil die Karte ist gerade in meinem Papier Müll gefallen, mal wieder. Und, ähm, vielleicht war das alles für die Mülltonne, eure Verbindung. Ja, und du hast auch gedacht, da kommt nichts mehr, da ist nichts mehr. Ja, oder auch immer die Leute, falls du jetzt keinen hast, ja, wo du sagst, nee, das, ähm, passt jetzt irgendwie gar nicht. Vielleicht, vielleicht waren deine älteren Verbindungen oder die, die du schon kennengelernt hast, ja. Ähm, vielleicht war das alles immer irgendwie nicht so das, was du dir gewünscht hast. Und jetzt geht es darum, hier kommt jemand, ähm, mit einem klaren Verstand auf dich zu, dich wieder erobern zu wollen, ja. Das ist, ich hab wirklich ganz stark das Gefühl, dass es hier jemand ist, mit dem du schon zu tun hast. Beziehungsweise für alle, die jetzt gar keinen haben, hab ich das Gefühl, das ist einfach die stumpfe Wunscherfüllung in der Liebe. Hier kommt jemand auf dich zu, der dich hier erobern will. Schau es dir definitiv an, es lohnt sich, das kann ich dir hier sagen anhand dieser Karten, ja. Und, ähm, hier geht es um die Wunscherfüllung, ja. Hier geht es auch um jemand, der dir klar sagen wird, ähm, was er will, wo es hingehen kann, ja. Ja, und hier fließen auch die Gefühle, also du, du wirst es spüren, du wirst es merken. Und, ähm, ich sehe hier, dass das in diesem Sommer hier eine große Rolle spielen wird. Also hier geht es ganz stark um Seelenpartnervereinigungen auch, ja. Ja, also zumindestens, wenn du an die Seelenpartnerschaft glaubst, ja. Und, ähm, guckt mal, im Unterdeck habe ich das Ast der Kelche. Also das ist echt der Hammer. Hier kommt, hier kommt wirklich, ähm, eine neue, hier fließen Gefühle, Gefühle, Gefühle. Ähm, das ist hier Erneuerung in der Liebe, einen neuen Menschen kennenlernen, sich auch für die Liebe entscheiden. Auch du wirst dich dann über, ähm, also ich glaube, der wird, der wird nicht aufgeben, ja. Also der wird, ähm, immer versuchen, weiter dich zu erobern, bis er dich rumgekriegt hat. Das passt ja auch zum Ridder der Stäbe tatsächlich, ja. Ähm, das ist auch ein ziemlich selbstbewusster Mensch und, ähm, der ist ziemlich aktiv, der, der, das Kerlchen hier, ja. Und, ähm, es geht wirklich darum, auch du wirst dich für die Liebe entscheiden. Ich sehe hier wirklich eine Wunscherfüllung und das fühlt sich hier auch für dich an wie eine, wie ein Wunder. Und das hast du dir manifestiert. So, jetzt schauen wir mal mit den Orakelkarten noch ein bisschen. Ja, die Feldmaus. Flucht, Ängste, Sorgen, aber auch Weisheit, Schnell und Nacht. Hier, da, das ist das, ne. Du hast hier Schiss, dass man dich wieder rechts überholt, ja. Ja, also, ähm, das ist das, was ich hier reinbekomme. Du hast hier Angst, ähm, diese Liebe, sag ich mal, ähm, zuzulassen, aufgrund, weil sich einer vielleicht, wie gesagt, weil es hier immer wieder jemand auch war, der sich dann gegen euch gestellt hat, immer wieder Umstände, die sich gegen euch gestellt haben. Und ich habe das Gefühl wirklich, du wirst am Anfang super vorsichtig sein. Und, ähm, es wird auch dir wahrscheinlich, ähm, so ergehen, dass du überfordert damit bist. Ich kriege hier ein ganz starkes Gefühl der Überforderung rein, ja. Und ich kriege hier auch rein, dass du eigentlich auch schon weißt, dass diese ganzen Geschichten, die hier, die ich jetzt gerade gesagt habe, irgendwie weißt du schon, dass das passiert. Und vielleicht macht dir das auch gerade Sorgen, ja. Ähm, weil du, ähm, Angst hast, dass es dich wie so, ähm, 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 ja, dass es dich so überfällt im Endeffekt, ja. Und, ähm, so ein bisschen Angst. Ich nehme hier wirklich, du machst dir Sorgen darüber. Du, du hast hier wirklich Schiss. Okay. Brauchst du aber gar nicht. Also wirklich, brauchst du hier nicht haben. Wenn du hier mit in Resonanz gehst, sage ich dir, ganz ehrlich, das ist wunderschön, was hier liegt. Und das ist auch ein Mensch, der es einfach nur ernst meint mit dir. Der möchte hier einen Neubeginn mit dir haben, ja. Ja. Der Bach, etwas möchte in den Fluss kommen, Kraft, Stärke begleiten dich, Ex-Partner. Was habe ich gesagt? Hier kann es um jemanden aus der Vergangenheit gehen. Hier sind super starke Gefühle. Hier geht es auch, ähm, darum, ich glaube, dass dein Gegenüber sehr kraftvoll und vielleicht auch sehr stark ist. Ja, vielleicht auch nach außen hin wirkt. Ähm, er muss es gar nicht wirklich sein, aber es kann sein, dass er es nach außen hin wirkt. Vielleicht ein sehr maskuliner Mann. Ähm. Ähm, könnte, könnte einfach diesen, ähm, ja, diese äußere Optik haben, ja, und wirkt dadurch sehr stark. Vielleicht ist er auch für dich sehr stark, ja, und kraftvoll. Könnte ein Ex-Partner sein, wie gesagt. Und auch dieser Mensch hat hier Schiss. Aber das Universum, äh, hat hier halt die Finger mit dem Spiel, ja. Vielleicht hat er auch Schiss, wenn er wiederkommt, dass du ihm hier eine Absage erteilst, ja. Ja, das kann auch sein, dass du dich dagegen dann stellst, ähm, gegen wärst. Weil man eben dich vielleicht oftmals enttäuscht hat in der Vergangenheit, ja. Ja, vielleicht auch aufgrund von sexuellen Dingen. Herrschaft macht Kraft, Reichtum, Liebe, Leidenschaft, Unsterblichkeit und Schönheit. Ja, wir haben das hier mit dem, ähm, V. Ja, das ist wirklich diese starken, machtvollen Gefühle. Es ist die Leidenschaft, die wir hier haben, ja. Und, ähm, es geht auch um die Unsterblichkeit eurer Verbindung. Hier kann etwas gar nicht sterben. Hier soll es in die, hier will das Universum, dass ihr zusammenkommt. Ja, und ich habe hier wirklich ganz, ganz, ähm, mit dieser Karte, das Luftschloss, Visionen, Illusion, Wahrheit und Realität, das Gefühl, du kennst schon lange die Wahrheit, du spürst es. Und, ähm, vielleicht hast du auch genau das, ähm, manifestiert dir, ja. Ja, und es geht hier darum, ihr werdet hier auf Wolke 7 schweben. Ähm, es geht hier um die starken Gefühle zwischen euch. Und auch diese, also du findest dein Gegenüber ziemlich attraktiv, dein Gegenüber findet dich attraktiv. Ähm, hier passt einfach, hier passt es einfach, ja. Okay, schauen wir mal ein bisschen weiter. Der Kopfhörer. Etwas wird dich erreichen. Gehör finden, Botschaften über Musik. Also einmal kann es sein, dass du viele Botschaften über die Musik bekommst, ähm, und dir wird klar, okay, das ist jetzt was für mich. Oder, ähm, tatsächlich, er meldet sich, ähm, man möchte dir etwas sagen. Hier geht es darum, dass hier dich etwas erreichen soll, ja. Ähm, ich glaube auch, dass er hier, wie gesagt, mit einer Nachricht, mit einer Einladung ganz überraschend vor deiner Tür steht. Und, ähm, wie gesagt, damit hast du nicht gerechnet, ja. Das kann, das kann hier auch echt sein. Yin und Yang, Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie. Ja, das ist ganz wichtig. Schau mal, wo bist du in der weiblichen Energie und, ähm, wo bist du in der männlichen Energie, ja. Bist du vielleicht auch ein bisschen zu hart, ja, ähm, da, da schau mal für dich dann rein, bitte, ja. Es geht hier um die Balance dazwischen, um das Yin und Yang, aber es ist auch für mich einfach nochmal die Bestätigung der Seelenverbindung. Ah, ja, Ganesha noch. Gott der Weisheit und der Wissenschaften. Also, wie gesagt, ich habe das Gefühl, du weißt, dass das passiert, ja. Und, ähm, hier wird, ähm, also die Ganesha kann Hindernisse setzen, die waren auch da, ja. Da ging es aber auch ganz krass um diese Lernthemen, vielleicht auch um deinen eigenen Selbstwert, ja. Und, ähm, jetzt kommt aber die Beseitigung von den Hindernissen. Jetzt geht es in die Wunscherfüllung, jetzt wendet sich das Blatt und, ähm, es geht hier in eine positive Richtung für dich definitiv, ja. Ganesha ist auch Glücksgott. So, was ist jetzt hier los? Hier ist noch eine umgedreht. Okay, die habe ich nicht gesehen. Das Gewitter, Streit, Trennung, Umbruch, Durchbruch, Aufbruch, schnell. Vielleicht war es so, ihr habt euch gestritten, ihr seid gerade auseinandergegangen oder ihr seid schon länger auch auseinander. Wie gesagt, hier gab es irgendetwas, was hier, ähm, großen, einen großen Umbruch, ähm, in eurer Verbindung, ähm, gebracht hat. Also einmal, einmal die Trennung, ja, vielleicht durch Streit. Und jetzt kommt aber dieser Umbruch, weil das Blatt sich wendet, ja. Und das hat etwas mit dir zu tun. Das hat hier wirklich etwas mit dir zu tun. Ganz, ganz sicher. Ja, ähm, er darf auch erkennen, ähm, was eure Verbindung wert ist. Das darf er erkennen. Gerade in Seelenpartnerschaften ist das so. Der eine darf es einfach erkennen, ja. Und, ähm, darum geht es hier. Und das Universum hilft hier ein bisschen nach. Pusteblume. Loslassen, wie auch für die Vergänglichkeit, aber auch für den Neubeginn, ja. Dafür steht die Pusteblume. So, und es geht wirklich darum, ähm, vielleicht hast du hier losgelassen. Vielleicht hast du dich neuen Dingen gewidmet. Ja, vielleicht hast du einfach, äh, in Liebe losgelassen. Das, was ich vorhin auch schon gesagt hatte. Und, ähm, hier vergeht etwas, ja. Und das bedeutet, wenn du jetzt in Trennung zum Beispiel bist und du hast deinen Herzensmensch hier wiedererkannt, dann ist das hier die Karte dafür, dass diese Trennung aufgehoben wird, ja. Und, ähm, für alle anderen, es kann einfach sein, dass du jetzt wirklich jemand Neues kennenlernst. Das ist dein Seelenpartner. Du wirst diese magische Anziehungskraft spüren, ja. Dass, ähm, du guckst in diese Augen von diesen Menschen und du weißt, du bist zu Hause. Das ist das Gefühl. Du schaust diesen Menschen tief in die Augen und du spürst, das ist mein Zuhause, ja. Und genau so einen Menschen könntest du jetzt kennenlernen. Und das wird der Sommer deines Lebens. So, eine noch. Das Schneckentempo. Etwas geht sehr langsam und braucht Zeit, Geduld. Also, ich glaube, ähm, wie gesagt, das war ein langer Prozess, in dem du dich befunden hast. Und ich, ähm, ich habe wirklich das Gefühl, der Sommer wird eine krasse Veränderung bringen. Und, äh, im Herbst ist es dann so, dass du da auch wirklich, ähm, die Kuschelzeit hast, die Leidenschaft, ähm, Aktivität. Du wirst hier Liebe, eine Liebe haben. Entweder eine neue oder eine alte. Definitiv hast du hier, wenn du hier mit in Resonanz gehst, ähm, kommt hier was richtig Geiles, Schönes, ähm, auf euch zu, ja. Ja, und, ähm, das ist ein Geschenk vom Universum. Wirklich, wirklich, ihr Lieben. Also, sowas Schönes habe ich ja, also, so schöne, also, ja, ich bin ganz sprachlos, weil sowas Schönes habe ich selten hier liegen gehabt. Ähm, diese ganzen Hindernisse gehen raus und, ähm, hier kommt es wirklich zur Wunscherfüllung in der Liebe, ja. Echt mega. Wir machen jetzt noch die Sternzeichen. Wir haben hier den Wassermann, Löwe, Zwillinge ist eh dabei und Widder und Schütze auch. Jungfrau, Löwe, Widder, Waage, Schütze. So, eine noch, weil die Feuer haben wir eh. So, und Stier ist auch noch dabei, ja. Im Unterdeck haben wir noch den Skorpion. Und, ähm, wie gesagt, ähm, ja, die Sternzeichen können passen, sie müssen nicht passen. Das bedeutet, wenn dein Sternzeichen jetzt nicht gefallen ist, bedeutet das nicht, dass das nicht dein Reading ist, ja. Ähm, da nagelt euch nicht zu sehr fest. Wenn hier allerdings dein Sternzeichen gefallen ist und das deines Gegenübers oder das deines Gegenübers, dann ist es tatsächlich so, ähm, dann ist hier auch eine Botschaft für dich enthalten. Okay, schauen wir noch die Zeitkarte an. Bitte bedenkt, auch Zeit ist relativ. Es kann passen, es muss nicht passen, ja. Ähm, es soll nur ein ganz kleiner, minimaler Anhaltspunkt sein. Und wir haben hier die drei. Dienstag werde kreativ, setze ein Zeichen. Ähm, ja. Ja, ich denke, dass er das wird, ähm, ich habe das Gefühl, wir haben hier auch nochmal den Donnerstag, also ein Dienstag oder ein Donnerstag könnte, ähm, wichtig sein. Drei, vier, fünf Tage, drei, vier, fünf Wochen, drei, vier, fünf Monate tatsächlich, ja. Setze dich ein, folge deiner Energie. Das ist auch nochmal vielleicht was Wichtiges für dich. Und vielleicht sagen dir die Zahlen was, die 34, die 35, die 45, 54, dritte, vierte, vierte, fünfte. Ihr könnt die Zahlen variieren. Vielleicht sagen dir diese Zahlen etwas, ähm, und jetzt ziehen wir noch eine, einen Engel, der euch begleitet. Und dann machen wir Schluss. Okay, wir haben zwei. O und R. Also, Opal, deine Kinder auf der Erde und im Himmel sind glücklich. Sie werden von Gott und den Engeln wohl behütet und versorgt. Und dann haben wir noch Rochelle, indem du die Weisheit deines Herzens würdigst und ihr folgst, wirst du zu Wohlstand kommen. Und vielleicht, ähm, ist das jetzt nochmal der Anhaltspunkt, das auch genau zu tun. Ja, gerade wenn du in so einer Freundschaft plus Affären gedönst bist, ja. Schau mal hin, ähm, schau und, ähm, ja, würdige dein, dein, dein Herz, ja, indem du auch dazu stehst. Und manchmal ist es, ähm, besser, wenn man andere und neue Wege geht, um einfach in sein Glück zu finden, ja. Okay, ihr Lieben. Also, ähm, hier mit den Kindern noch kurz gesagt. Ich glaube, dass es hier auch ganz stark um deine inneren Kindthemen geht. Das bekomme ich gerade auch durchgesagt. Ja, es kann sein, dass du hier innere Kindthemen geheilt hast. Und, ähm, oder auch dein Gegenüber, ja. Und die Engel helfen euch hier. Und wie gesagt, ähm, Rochelle sagt dir auch nochmal, indem du die Weisheit deines Herzens würdigst und ihr folgst, wirst du zu Wohlstand kommen. Und das ist wirklich ein sauschöner Satz. Und, ja, ich wünsche euch alles, alles Liebe, ihr Lieben. Und ich freue mich für jeden, der hier mit in Resonanz geht, weil das ist was traumhaft Schönes. Ja, und ich drücke euch von ganzem Herzen die Daumen. Und, ähm, ja, passt alle gut auf euch auf. Bleibt gesund, ihr Lieben. Und ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.